Hallo meine lieben Zombies und Zombienchen und willkommen zur Wiederauferstehung von Ash Ketchum, die ja im Film auch geschehen ist, insofern passt das wunderbar. Wer etwas länger dabei ist, erinnert sich vielleicht, ich hatte mal einen Ash Ketchum-Design, so ungefähr Anfang dieses Jahres war das, war damals nicht so ganz glücklich damit und hab ihn daher wieder rausgenommen. Hier ist er nun wieder, hab ihn wieder online gestellt, hab einiges überarbeitet und jetzt gefällt er mir doch deutlich besser. So, ich hab halt die Probleme, die der alte Ash Ketchum hatte, einmal direkt angegangen und hab einiges komplett neu designt. Damit ist es inzwischen die dritte Version, aber jetzt endlich kann ich sagen, ja, der sieht gut aus. Wahrscheinlich kann immer noch sehr viel an ihm besser machen, das wird dann mit der Zeit geschehen dann auch, aber jetzt bin ich zumindest für die aktuelle Zeit definitiv zufrieden mit ihm. Was habe ich an ihm konkret neu gemacht? Nun, ich packe das Bild von der alten Version einfach mal daneben. Da sind schon Unterschiede drin. Ihr seht, die Beine sind komplett neu gemacht. Da ist nichts, wie es vorher war. Die Basis der neuen Beine ist im Grunde, dass ich jetzt Minifigurenbeine als Kniegelenke eingebaut habe und dann mit Fliesen und Platten und ein paar Slopes das Ganze zu Beinen ausgestaltet habe für die große Figur. Und ich finde, das ist jetzt eine deutlich, deutlich bessere Lösung als die vorherige, die ich halt direkt von den Marvel-Mex übernommen habe. Dann habe ich die Schultern komplett neu gemacht. Die Schultern waren bei der Figur für mich ein Riesenproblem. So, wie macht man die am besten, dass die nicht komplett übertrieben aussehen? Die alte hatte halt so unglaublich weit raus stehende Schultern. Und da ist mir tatsächlich heute Morgen quasi so eine Duschidee gekommen. Und jetzt sitzen die halt auf einem Plattenteller, der um 90 Grad gedreht ist und dann darauf wiederum ein Gelenk mit Bar und Greifern. Und so kriegen wir dann Schultergelenke, die nicht komplett übertrieben riesig sind, sondern etwas schlanker. Aber das sind nicht die haltestärksten Gelenke der Welt. Sprich, die Arme werden immer in eine bestimmte Position fallen. Das ist dann so. Aber sie sind zumindest grundsätzlich beweglich. Und es sind ja noch andere Gelenke an den Armen dran. Insofern sicherlich etwas, wo man in Zukunft nochmal dran gehen kann. Aber zumindest sehen sie jetzt gut aus und erfüllen ihre Funktion. Ja, das ist das. Also jetzt sind die Schultern zumindest wirklich so, dass man sie sich anschauen kann. Der Hals wird wahrscheinlich irgendwann in Zukunft nochmal ein bisschen ein Update kriegen. Aber eigentlich bin ich jetzt auch zufrieden. Hat kleine Verbesserungen gegeben. Vor allen Dingen hat der Hals jetzt halt eine hohle, runde 1x1-Noppe mehr dran, damit er halt nicht ganz so dürr aussieht. Das funktioniert wunderbar. Die Hüften sind natürlich mit den Beinen auch komplett von Grund auf neu gemacht. Da ist nichts mehr, wie es vorher war. Funktionieren jetzt auch hervorragend. Ihr seht vielleicht an der Stelle ist auch eine offene Noppe. Die offene Noppe ist hier aber gar nicht schlecht, weil sie das Gelenk so ein bisschen abstützt nach oben. Und dadurch bleiben die Beine in Position. Das hat eigentlich ziemlich gut hingehauen. Ich habe den Körper ein bisschen überarbeitet, aber nicht so, dass er groß anders aussieht, sondern in der Richtung, dass einfach günstigere Teile verbaut sind. Ja, da sind diese 2x4 Slopes, die es vorher waren. Das sind jetzt stattdessen 2x2 Slopes, weil die halt deutlich, deutlich günstiger sind als die riesigen 2x4 Slopes. Insofern das. Man sieht es auf dem Bild jetzt nicht wirklich, aber ich habe die Jacke ein bisschen überarbeitet, damit die Jacke hinten an der Figur auch den Hintern überdeckt, damit es nicht so aussieht, als hätte er halt eine Jacke von einem 5 Jahre jüngeren Kind an. Das ist definitiv eine Verbesserung, was die Jacke angeht. Die ist aber ansonsten weitgehend so geblieben, wie sie war. Ich habe ein paar Details noch an der Cap, ja, Capy heißt das Ding, an der Capy geändert. Die hat jetzt nicht mehr so große Lücken, sondern ist einigermaßen geschlossen. Und das ist es. Der Kopf ist ein bisschen verändert. Der hat jetzt hinten keine Gegennoppen mehr, sondern ist durch eine 4x4 Dish, also eine Schüssel, abgeschlossen. Die Unterseite einer Schüssel, dann sieht es auch etwas geschlossener aus. Der Kopf ist damit nicht mehr ganz so eckig. Das Gesicht vorne habe ich jetzt so gelassen, wie es war. Da hat sich nichts verändert. Die Arme unterhalb der Schulter sind auch weiterhin so übernommen, wie sie waren. Aber insgesamt ist es halt eine ziemlich weitgehend überarbeitete Figur. Jetzt endlich kann ich sagen, keine großen Einschränkungen mehr. Ich bin damit zufrieden, wie sie jetzt ist. Selbstverständlich gibt es Dinge, die Verbesserungen sein können. Die gibt es immer, grundsätzlich immer. Man muss immer den Punkt finden, an dem man sagt, okay, es kann noch weiter verbessert werden. Aber hier ist ein guter Punkt, es zu präsentieren. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft nochmal da rangehen. Und diese kleinen Details noch ändern. Also vielleicht fällt mir noch etwas anderes wie die Schultergelenke ein. Im Moment finde ich die Schultern super. Vor allem von der Optik. Vielleicht fällt mir in Zukunft etwas ein, wie man sie etwas besser machen kann, dass sie auch in Form halten, wenn man die Figur entsprechend posiert. Aber das ist ja kein Ding, weil wer die Anleitung jetzt runterlädt, der kann ja dann später die überarbeitete runterladen, wenn ich irgendwann das Ding mal überarbeitet habe. Das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist, er sieht jetzt gut aus. Er ist jetzt einsatzbereit und er ist vorzeigbar. Damit ist er jetzt bei Rebrickable verfügbar. Aber der Link zu der Rebrickable-Seite ist unten in der Beschreibung, weil es ein relativ großes und wirklich kompliziertes Modell ist, also von der Entwicklung halt. Ihr seht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ist das jetzt keine kostenlose Anleitung, sondern ich habe gesagt, kommt 2,99 ist dafür fair. Und wie gesagt, wenn ihr das Ding kauft, dann bekommt ihr die Anleitung. Ihr bekommt eine Teileliste, die man bei Bricklink importieren kann. Und wenn es eine Überarbeitung gibt, dann ist die automatisch mit drin. Und so funktioniert das Ganze bei Rebrickable. Und ja, ich finde, A, das ist fair. B, das ist eine gute Figur. Und vielleicht für die, die das Konzept hinter der Figur gar nicht kennen, dieser Ash Ketchum ist halt von der Größe her angepasst an die Größe der Pokémon, die es von Megakonstrucks gibt. Also nicht die ganz großen Baubachen, die XXL-Dinger, sondern halt die normalen. Die kleinen, die in den Pokébellen kommen und die Entwicklungsstufen, die höheren, die etwas größer sind. Daran ist der größenmäßig einigermaßen angepasst. Und ich wollte einfach eine menschliche Figur zu diesen ganzen Pokémon haben. Die habe ich mit dem. Das war das Ziel. Das hat funktioniert. Und damit bin ich sehr glücklich. Natürlich kann man auf der Basis wahrscheinlich jetzt auch noch andere menschliche Figuren aus der Pokémon-Welt bauen. Oder auch aus komplett anderen Welten, wenn man irgendwas anderes dabei packen will. Digimon zum Beispiel wäre cool, im selben Maßstab einfach daneben zu stellen. Aber ja, das ist das. Das war die Idee. Es hat Erfolg gehabt. Ich bin jetzt glücklich damit. Und jetzt wird das aus Steinen nachgebaut. Halbfertig habe ich ihn schon. Ein paar Steine fehlen mir noch. Aber wir sind auf dem Weg. Wunderbar, das ist das. Dann sage ich jetzt erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen.